Viel Dramatik auch im Playoff-Final. Das siebte Spiel, Lugano gegen die ZSC Lions, geht in die Verlängerung. Jetzt 2 gegen 1 Konter-Möglichkeit für die Türke. Michele läuft in der Mitte, das ist der Meistertitel. Morgan Samuelson. Morgan Samuelson mit dem Meistertor. Morgan Samuelson mit dem Meistertor. Morgan Samuelson mit dem Meistertor. Mit dem 2. Titelgewinn in Folge geht im Hallenstadion eine Ära zu Ende. Kultfigur Andreas Cezizender muss nach 12 Jahren den ZSC verlassen. ErSHב! ErSHein! ErSHed! ErSHein! ErSHein! Untertitelung des ZDF, 2020